Alle Dinge sind Lektionen, von denen Gott möchte, dass ich sie lerne. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, bitte heile du meine auf Angst basierenden Gedanken. Ich will vergebend auf alles schauen, damit ich diese Welt anders sehe. Vater, du möchtest nicht, dass ich leide. So will ich all die Gedanken des Leids und des Schmerzes nun gehen lassen. Ich will vergeben und diese werden verschwinden. In Wahrheit bin ich in heiliger Ruhe, heiter und gelassen, in deinem ewigen Zuhause, still lächelnd und völlig frei. Alle Dinge sind Lektionen, von denen du möchtest, dass ich sie lerne. Jetzt. Alles dient mir zum Besten. So will ich nun gewillt sein, die Vergebung über alles hinwegfließen zu lassen. Vater, ich bin dein Sohn, mächtig, sündenlos, eins mit dir und meinem Bruder. Durch dich werde ich die Wahrheit sehen. Und nur das will ich und nur das, sodass ich mich in Konstanz, Beständigkeit und in wahrer Freude erfahre. Danke, Vater, danke, Gott, danke, Heiliger Geist, danke, Bruder. Amen. Alle Dinge sind Lektionen, von denen Gott möchte, dass ich sie lerne. ...